Ja Manuel, du hast uns einen super Burger, einen Hotdog serviert, der Ewald hat Eis gegessen. Du sperrst morgen auf, wann du? Genau, morgen ab 10 Uhr. Genau, morgen ab 10 Uhr sperren wir auf, öffnen wir unsere Tore wieder auf einen schönen Sommer. Nächsten Sonntag, also am 19. Mai haben wir uns angebaden, also Frühschoppen mit Kistenfleisch und Livemusik, Feuer und Eis ab 11 Uhr. Da freuen wir uns schon wieder sehr drauf. Das traditionelle Anbaden von der Gemeinde ist dann wieder, wo der Gemeinderat gemeinsam mit mir in das Wasser hüpft. Ein Becken ist ja schon eingelassen draußen, das zweite noch nicht, das wird relativ frisch werden, oder? Ich glaube auch, ja, aber Tradition ist Tradition, da müssen wir durch. Hat sich etwas geändert gegenüber dem letzten Jahr? Hat sich eigentlich nichts geändert, es ist vom Programm her ziemlich gleich. Ich werde wieder meine Veranstaltungen machen, also Grillabend, Heurigenabend, Cocktailabend, vielleicht etwas für die Jugend einmal mit DJ und Disco. Und ja, wir freuen uns auf einen schönen Sommer. Die große Frage jetzt ist natürlich, wird der Ewald mit Hammerkul da auch einmal spielen? Das werden wir schon irgendwie vereinbaren lassen, dass wir das einmal machen bei einer Veranstaltung. Auf Wiedersehen!